Hallihallo und herzlich willkommen hier auf WPNV Simulation. Ich bin CDB, ich begrüße euch und freue mich, dass du entscheidest. Wir haben gleich zwei News, die wir hier nicht bis Sonntag aufschieben wollen, deswegen wollen wir die euch natürlich schon heute präsentieren. Wir haben ein Lotus Update und ein wundervolles S25 Addon ist auch mit dabei. Bleibt kurz dran. Das neue Update für den Lotus Simulator ist erschienen und wie ihr sehen könnt, es bewegt sich was auf den G-Wing. Und zwar ist jetzt nämlich neu mit dazu gekommen in der Version 1EA 080, nämlich die KI-Menschen. Der erste und aufwendigste Schritt in Richtung Passagiere ist somit getan. Von nun an bevölkern verschiedene Menschen die Karte. Bald werden sie auch in Fahrzeugen einsteigen können, doch dazu werden wir noch eure Hilfe benötigen, so heißt es aktuell. Die Optionen maximale Sichtbarkeitsentfernung von KI-Menschen und KI-Menschen sind jetzt angeschlossen. Optionen zur Maximal-Sichtbarkeit von Fußgängern und zur Einstellung der Anzahl und Dichte von Fußgängern wurde hinzugefügt. Über diese Optionen können Fußgänger dann auch abgeschaltet werden. Mit dem STRG Shift Alt E öffnet sich nun eine Baumdarstellung aller Module des aktuell markierten Fahrzeugs. Von hier aus kann man dann das Scriptfenster für alle Module ausgewählt werden. Das Script-Testfenster verfügt über Protokollfunktionen, die alle Broadcasts und ähnliches abfängt. Eine Blacklist ermöglicht das gezielter Ausblenden bestimmter Einträge, wobei alle Blacklist-Einträge als enthält interpretiert werden. Blabla als Eingabe wird als blabla interpretiert. Es gibt Bugfixes in der Simulation, so wurden bestimmte Unicode-Bereiche nicht nutzbar. Wir haben in den Plugins, Recythe Warstring Prozedur wurde repariert. Die Interimspiss lädt nun deutlich schneller und schwarze Busscheiben im Rückspiegel wurden jetzt dementsprechend auch gefixt. Im Mapping-Ditor gibt es jetzt Fußgängerpfade und Menschengruppen-Polygone. Menschengruppen-Polygone können mit einer Richtung versehen werden, nach der sich die platzierten Menschen mit Variationen ausrichten. Wahrweise kann diese Funktion aber dann auch abgeschaltet werden. Beim Anlegen einer neuen Karte oder falls er teilt, also die hinterlegte DEM-Karte oder OpenStreetMap-Daten von unserem Serverladen muss sich der Map-Editor im Online-Modus befinden. Helper sind während des Konstruierens von Linien usw. wieder immer sichtbar, sind aber dennoch weiterhin nur mit STL geaktivierbar. Bei Bugfixes gab es hier im Map-Editor auch noch die Sichtbar-Schaltung von Helpern bei Mausernährung wurde jetzt gefixt. Wenn man einen Filter eintippt, werden Tasten mit Funktionen wie z.B. N für den Map-Editor gesperrt, damit man nichts aus Versehen ein neues Objekt platziert usw. Korrekturen hier bisher und vor Einführung der entsprechenden Schaltfläche Z hat man beim Polygonbau mit STRG die vertikale Anpassung aktiviert. Das ergibt jetzt keinen Sinn mehr. Bei STRG wird jetzt einfach so angepasst, wie durch die besagte Schaltfläche angegeben. Neuer Content, Diorama jetzt mit Fußgängerfahren und neuen Ampeln zu Demonstrationszwecken, Haltestellen-Kubus, die Karte, Tram-Fahrplan und Tarifinformation waren beide auf T hinterlegt. Tarifinformation ist jetzt bei I hinterlegt und P- und R-Logo in der Grüger-Schriftarten und im Lexikon repariert. Alle, die das P-plus-R-Logo-Symbol für ihre eigenen Schriftarten aus dem Lexikon direkt kopiert haben, müssen diese erneut aus dem Lexikon-Artikel herauskopieren. Das ganze Update ist über 1 GB groß, lädt natürlich, wenn ihr Steam startet, automatisch runter. Das nächste ist dieses. Und zwar gibt es hier wieder Neues von dem S25-Add-On von den Train-Sammulanten von Daftair Games. Wir hatten davon ja schon in Vergangenheit mehrmals darüber berichtet, dass ja ein S25-Add-On von Hennigsdorf nach Teltow kommen wird. Eine richtig neue Fassung, nicht wie jetzt so zuvor, das S25-Süd-Ast-Add-On, gibt es jetzt hier direkt die vollständige Linie von Hennigsdorf nach Teltow. Und dieser Release-Termin ist tatsächlich relativ nah. Und zwar kostet das Ganze um die 25 bis 30 Euro, wird das Ganze kosten und ist auf Virtual-Tracks dann verfügbar. Mit dabei ist natürlich die 476-Baureihe, also eine nagelneue S-Bahn, also nagelneu, in Anführungsstrichen, nagelneue S-Bahn. Denn das ist natürlich ein relativ altes Modell, welches schon über 30, 40 Jahre lang existiert hat. Jetzt aber, jetzt neu, zum ersten Mal auch für den Train-Simulator verfügbar ist. Und so heißt es aktuell im Forum. Mit ein wenig Glück könnte dieses Add-On schon heute bereits erscheinen auf Virtual-Tracks. Denn der Bahn-Jan hat sich nämlich zu Wort gemeldet und hat natürlich große Dinge angekündigt. So soll das Ganze noch diese Woche erscheinen. Und wenn alles gut geht, vielleicht sogar schon heute, bereits am Donnerstag. Sobald dieses verfügbar ist, werden wir uns das Ganze dementsprechend natürlich hier anschauen. Wir freuen uns natürlich sehr auf das Add-On. Das ist genau das Add-On, welches mir in dem Train-Simulator noch absolut gefehlt hat. Was haltet ihr von diesem Add-On? Ist das für euch Pflichtprogramm? Oder sagt ihr, ihr könnt noch ein bisschen warten? Nutzt doch gerne die Kommentarfunktion, schreibt es am besten mal unten mit rein. Und sonst würde ich sagen, sehen wir uns, sobald das Add-On hier da ist. Hoffentlich hier im Livestream wieder. Und sonst natürlich am nächsten Sonntag jetzt. Also diesen Sonntag, wenn es natürlich die nächsten News gibt. Ich verabschiede mich, bedanke mich, dass ihr dabei wart. Und hoffentlich bis denn. Tschüss. Ich bewerbe. Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017